So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht auch richtig. Einmal die große und einmal die riesige. Lego City Wundertüte. Riesige, große. Was ist der Unterschied? Die kostet sieben Euro, die kostet neun Euro. Hm, hier sind drei Magazine drin, da zwei. Da sind drei Extras drin, da zwei. Aber, jetzt bin ich ehrlich, schaut euch mal an. Ich zoome mal ran, dass wir das mal vergleichen können. So, den Hintergrund weg, das sind wir nun diese beiden. Die riesige für neun, die war überall in anderen Wundertüten schon überall was drin. Das natürlich auch, aber hier ist wenigstens ein Astronaut und Taucher bei. Ist natürlich viel interessanter. Aber nichts und trotz, ich habe von jedem zwei noch und ihr seht, was das alleine schon verstapelt ist. Fangen wir jetzt direkt mal an mit die neueste. Das ist die riesige. Drei Magazine, drei Extras. Und ich hoffe natürlich, dass da was drin ist, was ihr vielleicht gebrauchen könnt oder auch wollt. Dann könnt ihr euch die Wundertüte holen. Und wenn nicht, dann spart euer Geld. Wie gesagt, es sind neun Euro. Eine Tüte. Ich verlinke euch unter das Video irgendwas von Lego City. Sicher, bequem und günstig. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht mehr Spaß von. Und wenn ihr den Link benutzt, danke dafür. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Aber jetzt fangen wir mal an. Einmal. Zack. Oh, ich habe wieder vier neue Gummireifen. Ein Feuermann mit einem Feuerwehrmobil. Aber diese Platten, die sind ja bedruckt. Die sind richtig cool. Dann haben wir... Och, ja. Dazu möchte ich mich jetzt nicht mehr äußern. Für das Popper. Motorrad, Mofa. Zwei Räder gefährt. Nichts mehr. Dazu habe ich zu viel gesagt. Ich mag ihn noch. Und... Och, den Polizisten. Da ist das Bessere der Hund. Ja, ihr wisst. Lego Tiere sind etwas hochpreisiger. Und hier ist wirklich der Hund das Beste, was in dieser Tüte ist. Ist leider so. So. Das hatte ich jetzt drinnen. In meine riesige. Nein, wir wechseln ab. So, jetzt machen wir natürlich erst mal die Große. Wir wechseln immer hin und her. Hab ja schließlich zwei verschiedene. So. Das haben wir hier drinnen. Hier haben wir drinnen. Nichts. Cool. Cool. Und ich zeige. So, wir müssen es dann ausholen. So, so, so. Und ein Taucher. Hai. Perfekt. Teilweise die Haie. Es kommt drauf an. Es steht, glaube ich, zwei verschiedene. Oder haben verschiedene Farben. Die sind richtig hochpreisig geworden. Aber ich mag ja sowieso die Taucher immer. Die Haie sowieso. Wer die Piratenlandschaft mag. Da so um die Boot. Um das Boot. So mehrere Haier. Passt wunderbar. Sieht auch richtig cool aus. Oder was meint ihr? So, ihr seht jetzt. Klar. Fünf verschiedene Typen. Jetzt nehmen wir wieder oberen für die Riesen. Mit drei. Das sind diese drei hier gewesen. Mal schauen, was wir doppelt haben. Einmal. Ups. Der Schäferhund. Zack. Dann haben wir das Moped, Mofa, Motorrad oder Zweirad mit Motor. Und jetzt noch das Feuerwehr. Jawohl. So. Die drei Sachen aus dieser Tüte. Was haltet ihr davon? Wie findet ihr das? Die zwei aus dieser Tüte. Und eine habe ich ja noch. Mal schauen. Ein Comic. Hey. Was ganz anderes. Aber ein Polizist. Hubschrauber, Helikopter. Naja. Zwei. Und. Dieses Teil. Okay. Da haben wir zum Glück nur eins. Doppelt. Wer aber City mag und Polizei mag, es ist eine nette Figur. Es ist ein Stein mit Polizeiaufdruck. Es ist ein Druck. Das war jetzt diese Wundertüte. Also. Ihr habt gesehen, was drin war. Welche findet ihr besser? Hattet ihr das gleiche oder dasselbe drin, was ich in beide drin hatte? Schreibt es für alle anderen Zuschauer in den Kommentaren. Ich verlinke euch irgendwas von Lego City. Sicher, bequem und günstig. Auf jeden Fall. Danke, wenn ihr den Link benutzt. Unterstützt ihr meinen Kanal. Jetzt eure Meinung, eure Kommentare zu die, 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 die oder die Wundertüte. Aber das Wichtigste ist, bleibt gesund. Ihr und eure Familien. Und dann wie immer. Bis demnächst. Guckt hin. Und schaut zu.